Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3 hier beim Elfen. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen kann. Irgendwas kann man machen. Anzünden schon mal nicht. Wegblasen auch nicht. Da ist irgendein Zeichen, aber das Spiel sagt mir nicht, was ich hier machen kann. Ich wüsste es gern, aber das Spiel lässt mich nicht. Hier kann man nur kaputt machen. So, wir sammeln mal kurz die ollen Hunde hier ein, die der komische Typ hier spawnen gelassen hat. Wieso ist hier in den Truhen nur Schnaps? Nein! Zu spät! Vertraue niemandem. Tüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt! Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben Sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten Sie mehr Zeit gehabt, hätten Sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf, noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass Sie sich gut kannten. Und zusammengereist sind. Äh, ja, vor allen Dingen, ich hoffe, wir werden jetzt nicht irgendwie rausgeportet. Da war auf jeden Fall noch irgendein Buch, was man hätte lesen können. Äh, und überhaupt noch ein paar Sachen zu plündern. Äh, ich hoffe, wir können das noch machen. Ich frage mich, warum Sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Oder, äh, oder andersrum. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckel-Sumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Hm. Äh, du kennst diese Hexen? Hm, äh, wir fragen erst mal so. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt? Nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fass es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Mhm, woher das wohl kommen mag. Wegen Portalen. Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckel-Sumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln. Den Herren des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Hm, was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweiber-Märchen abtun, aber... In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das... Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle in Buckel-Sumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach, richtig. In Kaer Morhen haben sie euch ja keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Polianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Herrinnen des Waldes. Na gut. Suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Nein! Wir müssen noch looten und uns umgucken. Wieso springt hier Geralt durch die Gegend? Angewandte Magie, eine Einführung. Super, super. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Äh, das heißt? Pff, ja. Nach der weißen Kälte. Äh, das hätten wir vorher gebraucht. Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Bären-Bären-Legenden. So, hier noch was. Oh ja, da ist noch ein Buch. Das ältere Blut. Hier leuchtet auch noch Kram. Mh, ein mysteriöser Magier-Kräuterkundler. Der ja. Stell dich mal nicht so an. Jägerstiefel, Schema. Jägerstiefel, Schema. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Warum habe ich dies mitgebracht? Was ist das? Das Auge von Nehaleni. Löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Hm. Danke. Okay. Wenn du in der Luft ein Flimmern bemerkst, gehe darauf zu und drücke in der Nähe E, um die Illusionen aufzulesen. Aha. Okay, das flackert. Ich will noch gerade noch mal... Ups. Noch mal da hinten rein. Ob das vielleicht auch eine Illusion ist? Es ist... Flackerte zwar nicht, aber... Ah, doch. Es flackert. Haha. Große Axi-Klüfe. Und jede Menge Manuskript-Seiten. Oh, ich sollte mich vielleicht beeilen. So, wieder... Etwas Luft schnappen. Und weiter geht's. Hier hätte man überall auftauchen können. Na toll. Interessant. Äh, sicher? Wenn du schon mal interessant sagst, dann speichern wir mal zwischen. Einfach groß. What the... What? Wen oder was habe ich da denn jetzt erschlagen? Monster-Hirn. Nebling. Ach, schon wieder ein Nebling. Oh, gut. Nebling ist ja jetzt nicht... ... 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 Okay. Okay, haben wir alles hier. Cool. Ja, dann können wir hier tatsächlich raus, würde ich sagen. Ich weiß nicht, warum er hier die ganze Zeit am Laufen ist. Er ist hier anscheinend ziemlich eilig. Das Auge von Nehalin. Ich sollte es benutzen. Ja, ja. Moment, warte mal. Da ist sonst nix. Okay. Einfach, nicht? Hm. Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Ja, mal schauen. Sehr wahrscheinlich in unser Verderben, aber hoffentlich irgendwie hier raus. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut. Verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie finde, heißt das... Hilfst du mir? Äh... Na gut. Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Bella Glad. Okay, weißt du denn, wo... Wo... Wo die Lampe ist? Okay, sie... Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Kann man hier nicht anmachen? Ach, dann... Dann halt nicht. Igni. Dann machen wir uns hier unser eigenes Feuerzeug. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Nein, keine Rätsel. Oder flackert das auch nur? Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Hm, na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Hm. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten. Doch wie der Zweite spielte auch er. Bitte was? Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Hä? Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Ja, ich raffe aber nicht... ...nochmal. Wiederholst du das Rätsel nochmal? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte, der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten. Doch wie der Zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Versuchen wir mal hier zu lösen. Na gut. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Aha, okay. Der hat da was in der Hand. Das müssen also die vier sein. Er hat nix. Das ist der mit seinem Getier. Wo ist denn der vierte? Hier sind nur drei. Ach nee, hier ist noch einer. Hä? Ach nee, Moment. In der richtigen Reihenfolge. Na toll. Der hat auf jeden Fall was in der Hand. Und hat ein Tier. Der hat nur was in der Hand. Das muss also der Zweite sein. Das ist der Erste vielleicht? Okay, falls wir es verhauen. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwas wurde gemacht. Sieht aus wie ein Elfenheiligtum. Ja, mit einer Truhe. Wieso hier? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen aber. Die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kriegenern von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Hm, ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Ja, sofort. Okay, sie hat ihre Lampe. Können wir sonst noch was? Oh, da liegt noch was. Notizen eines Wissenden. Okay. Und dann müssen wir dann irgendwie in der nächsten Folge hier eine großartige Lesung machen. So, kommt sie? Ich hoffe, ja. So, von hier hat sie gemeint, käme Luft. Gehen wir. Oh, endlich. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Endlich Licht. Hurra. Ii, was ist das da? Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckel, Soom? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Gerald, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen. Und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zuletzt darangezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Schon wieder diese Schritte. Ja, ich komme vorbei. Ich weiß aber nicht, wo. Da an deiner Hütte? Ich werde dich besuchen. Ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Komm mal hinterher? Ach, Mist. So, und Stufe 7 schon. Ui, ui, ui. Okay, hier liegt rohes Fleisch. Was habe ich da hinten gesehen? Ist jetzt nicht mehr da. Okay. Können wir ein Boot nehmen? Das Blöde ist... Ich will jetzt kein Boot nehmen. Weil das da hinten eigentlich interessant aussieht. Aber ich hätte eigentlich ganz gerne hier so ein... Hier so ein komisches... Äh... Wiege-Schild. Damit ich von hier so wegkomme. Oh Gott. Da ist ein Fragezeichen. Naja. Äh, schauen wir mal. Moment. Aha. 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 Eine Erscheinung. Die habe ich momentan gerade auch. Aber sowas von. Da ist noch irgendwas... Größeres. Okay. Hier sind mehrere Erscheinungen. Alter. Das sind definitiv zu viele Erscheinungen. Ne. Na toll. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, zumindest wissen wir, dass da irgendwas ist. Eingang zur Ruine, da ist Plötze, okay. Markieren wir mal Plötze und hoffen aufs Beste. Denn wir sind hier in einem Gebiet, wo wir, glaube ich, am besten nicht wären. Dann muss ich hier schon wieder alles reparieren. Naja, das würde mich auch noch eine Stange Geld kosten. Naja, Plötze parkt. Wir schauen uns hier noch um, hier in der Truhe. Mal kurz reinkrabbeln. Oh, in der Pirol. Was? Irgendwas knurrt. Äh, da hinten. Au. Mist. Mist. Ich da haut die mich da einfach so aus den Socken. Die olle Tante. Hätte ich so wenig Leben gehabt? Hm. Komisch. Okay, ich bin wieder hier bei denen. Okay. Äh. Nope. Genug Erscheinungen. Äh, diesmal visiere ich aber nicht Plötze an, sondern guck, wie ich hier hochkomme. Äh, na, na, komm. So. Da oben. Äh. Ein Weg wäre toll. So, wie dieser hier. Was ist das da unten? Verdammt. Jetzt will ich noch wissen, ob, ob, was da unten ist. Beziehungsweise, was hier ist. Ist hier was? Hm. Okay. Hier wird mir nix angezeigt. Deswegen, ich wollte jetzt hier gucken, ob, äh, hier in der Legende irgendwas steht. Aber, mhm. Irgendwas ist hier. Ich weiß aber nicht was. Na gut. Ich würde sagen, ich mach dann hier Schluss. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und, äh, ich weiß aber noch nicht so genau, wo ich dann hier rumstehen werde. Weil ich glaub nicht, dass ich, äh, in der nächsten Folge dann einfach hier losgaloppiere. Ich denk mal, wir werden dann in irgendeinem Dorf starten. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020